Pan Pan, Pan Pan, also PRB, also PRB, also PRB, Pan Pan, Pan Pan, we lost our mask. Hallo und willkommen zu unserem Sonderformat Ocean Race aktuell des Segel Reporter Podcasts. Mit dabei ist wieder Carsten. Und Carsten, wir haben es eben schon im Ausschnitt gehört. Gestern gab es ziemlich viel Dramatik im Ocean Race. Deswegen würde ich sagen, wir springen erst mal direkt auf gestern Morgen zurück. 5 Uhr UTC, 2 Uhr Ortszeit, Brasilien. Was ist passiert? Ja, hat uns hier auch irgendwie auf einen kalten Fuß, nee, auf einen falschen Fuß erwischt. Ja, vor dem Frühstück. Ja, genau. Da haben wir dann die Meinung gesehen und dann schnell einen Rechner gesetzt. Stimmt, man guckt sich ja auch das morgens immer an und ist ja durchaus wieder dieser Rhythmus. Ich mache das ja gerne, es ist ja für viele Fans so, dass man quasi so einen Rhythmus mit dem Tracker hat, abends ins Bett geht und dann doch nochmal guckt und ist ja durchaus sehr, sehr spannend gewesen. Ja, und unsere Führenden und mit Abstand Führenden, muss man ja sagen, ich glaube, von allen Punkten, die es bisher zu gewinnen gab, haben sie nur einen Punkt nicht bekommen, nämlich im Ziel der vergangenen Etappe, als Amalizia vorbeigefahren ist. Also sie sind schon souverän führend und ich meine, klar war das schlimm. Der erste Ausfall war ja von Goyo, das war natürlich auch mega traurig und dramatisch, aber für das Rennen hat das eben, für den Rennausgang hat das bis jetzt noch nicht so einen riesen Unterschied gemacht. Aber wenn der Führende und der Top-Favorit natürlich ausfällt, das ist schon eine dramatische Geschichte. Und natürlich sind auch alle, ja, auch die Gegner sind traurig. Also passiert ist, klar, Mast ist gebrochen halt. Also der Super-GAU ist passiert und wir haben jetzt heute Morgen auch noch die Infos, wo sie genau erzählt haben, dass tatsächlich der Rollshakel, nennt man das Rollshakel? Wirbel, genau, Wirbel war das Wort. Swivel ist das genannt, wo die J2 Genua, das J2-Vorsägel, den Mast hält und oben am Top, dieser Beschlag ist eben wohl gebrochen. Und klar, da das J2-Vorslag den ganzen Mast vorne hält, sieht man das ja auch im Video, erst fällt die Fock runter ins Wasser und dann kippt der Mast langsam nach hinten. Und da der Mast dann quasi über den Aufbau so nach hinten kippt, ist er dann auch in die Teile gebrochen. Also ist da so ein kleiner Wulst. Die Nachricht war auch, dass Gott sei Dank am Deck keine Struktur beschädigt wurde. Das haben sie natürlich auch sofort gesucht und dann lag der ganze Mist im Wasser. Und jetzt geht es darum, wie kommt man wieder zurück. Genau, das Video ist ein gutes Stichwort. Also das kam ja gestern Abend online, so gegen fünf meine ich ungefähr, halb sechs. Und ich muss sagen, ich habe sowas noch nie gesehen. Also ich habe es auch nicht erlebt. Du hast es jetzt am Wochenende erlebt gehabt, einen Mastbruch. Ja, scheiße. Aber ich habe das erste Mal jetzt wirklich, ich glaube, das ist auch ein Novum, dass es alles so festgehalten auf Video ist. Wir haben mal die Mastkamera, die es festgehalten hat, wie das Vorschlag bricht und der Mast nach hinten fällt. Dann haben wir unter Deck die ganze Aufregung und Hektik. Und es war ein unglaublich beklemmendes Gefühl, als ich das Video gesehen habe. Weil es war ja dunkel draußen. Das ist so ein bisschen die Horrorvorstellung, weißt du, es ist dunkel. Die Geräuschkulisse, da hast du noch so ein bisschen, war doch mehr Wind, als ich dachte, ehrlich gesagt. Du hörst immer das Rauschen des Windes und wie das Boot noch in den Wellen schlägt und so. Und unter Deck ist Hektik. Die springen aus den Kojen, machen sich fertig, ziehen schnell ihre Rettungsweste über. Da war es nur in Shorts an Deck gewesen. Also ich finde das ein unglaublich beklemmendes Gefühl. Die ganze Kulisse war halt sehr, sehr, also ein Albtraum war das irgendwie für mich. Ja, mich hat es so ein bisschen erinnert, wenn du zurückdenkst an den Vestas-Crash. Das war jetzt nicht, klar, Mast ist dann auch irgendwann gebrochen. Aber die sind ja quasi auch mit Video-sehenden Auges auf dem Riff bei Madagaskar gefahren. Mauritius. Ja, genau, Mauritius um die Ecke, glaube ich, oder? Aber Madagaskar ist dann irgendwie... Ist weiter unten, aber... Naja, bei der Etappe und naja, und das war dann auch, wie gesagt, die großen Augen in der Dunkelheit und wie, was denn jetzt passiert und das, aber du hast recht, dass man eben das auch den Bruch wirklich von der Mastkamera aussah, wie das Ding umkippt, ist natürlich heutzutage viel mehr noch bestückt als mit Kameras. Und ja, war ja definitiv. Und auch die Phase danach. Ich meine, Escoffier, der ist ja sonst immer eigentlich sehr gut vor der Kamera und macht dann auch eher so den Entertainer und so. Und jetzt saß er dann wirklich die ganze Zeit da auch. Ja, die Emotionen, wie dem geht das natürlich den Kopf. Mein Gott, wir stehen vor einem super Rennsieg da auch. Ich weiß nicht, ob er das vorher sogar erwarten konnte, wie sein Boot und sein Team performen. Man wusste ja gar nichts darüber. Jetzt liegt er so weit vorne und im Schnipp mit einem Mal von einer Sekunde auf die andere. Da gibt es ganz andere Probleme halt. Und das sah man förmlich, wie das eben durch den Kopf geht. Ich glaube, die Emotionen kochten ziemlich hoch. Ich muss ja sagen, die haben wirklich alles festgehalten. Also es war ja sehr professionell alles, wie sie das gemacht haben. Da haben sie die Rollen verteilt, wer was macht und sowas. An den MGBs mussten sie einen Funkspruch absetzen, Pan Pan. Der Rest hat dann quasi die Werkzeuge geholt. So kleine Flex hatten sie irgendwie, um die Wanden loszuschneiden. An den MGBs hat sie zwischendurch nach der Axt gerufen. Wo ist die Axt? Ja. Es war zwar Hektik unter Deck und sowas und alles gewuselt und hier und so, aber sehr, sehr professionell und teilweise auch noch ruhig dabei. Ich fand das sehr, sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Ja, wenn du denkst, was Escoich Fier bei der letzten Runde, ich glaube, ist das für den jetzt wahrscheinlich auch ein Kinderkram. Die wissen ja alle schon als Profi, dass sowas passiert und ist jetzt nicht für unser eins. Okay, du hast recht. Das war ein Alster-Crash. Aber das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Da fällt das Ding um und fertig und du hast ein Motorboot in der Nähe. Aber wenn so ein Mast oder überhaupt so eine Situation, da schaltet dann auch der Mensch und zumindest, glaube ich, auch diese Profi-Sechler oder die natürlich noch viel näher mit so einer Möglichkeit auch ständig, wie wir leben, sofort in den To-Do-Modus und wissen, was zu tun ist. Und das finde ich auch, das konnte man da sehr gut sehen. Lassen wir mal ganz kurz voll in Massburg zurückspringen, denn es gibt ein sehr lange Kreuz in dem kleinen Kanal zwischen dem Festland und der Sperrzone. Und da müssen wir ganz kurz uns entschuldigen. Wir haben vor zwei Tagen gesagt, es wäre ein Verkehrstrennungsgebiet. Ist es nicht. Es ist eines der größten Ölfelder der Welt mit ganz vielen Ölplattformen da drin und da dürfen wir natürlich nicht reinfahren. Deswegen, wie gesagt, in der engsten Stunde waren es, glaube ich, 30 Meilen zwischen Küste und Feld. Und da mussten sie aufkreuzen und da war ein sehr, sehr spannendes Duell im Gange zwischen Hoyt 7, PRB und Independence Hour. Und das hast du auch ganz schön beschrieben, Carsten, in deinem Text. Ja, ich fand das tatsächlich, diese Phasen, das finde ich faszinierend, in denen sich diese Rennen immer wieder befinden und gerade jetzt auch auf der vierten Etappe. Also normalerweise geht ja sowas erst los, diese Rennen bei den ersten Etappen, dass sich alle so ein bisschen belauern und auch gerade, wir sind ja gewohnt, diese vom letzten Volvo Ocean Race, die One Design Boote, da wussten, ja klar, das war schon das zweite Event nach dem ersten Volvo Ocean Race. Trotzdem geht es immer darum, ja, Einstellungen zu finden, wie werden diese Boote schnell gefahren. Das kann man eigentlich, klar, kann man es auch ein bisschen im Computer simulieren, aber die sind da jetzt auch nicht so professionell, wie es zum Beispiel beim America's Cup. Wenn er keine Boote mehr gebaut hat, es dürfen keine Two-Boat-Testing, darf da im America's Cup mehr passieren. Erstens, weil es zu teuer ist, aber auch, weil es eigentlich auf dem Niveau irrelevant ist. Die Packners, die Konstrukteure, wenn die richtig Geld haben, dann wird das so in den Computer simuliert, dass man das mit einer großen Genauigkeit Performance bei bestimmten Wind- und Wellenbedingungen auch simulieren kann. Das haben die jetzt beim Ocean Race und auch bei den Emocas natürlich nicht. Deshalb suchen die sich immer noch, und zwar selbst auf der vierten Etappe, naja, wenn sie einen Partner haben, mit dem sie dann wirklich fahren, parallel, dann wird immer noch an den Einstellungen gefeilt. Wir wissen ja auch, gerade Boris Herrmann, Malizia, die haben ja nun ihre Foils komplett andere, als die sie damals im Computer berechnet haben, weil die ja im Vorfeld gebrochen waren. Jetzt sind ja diese runden Foils. Also eigentlich weiß man auch da noch nicht genau, wie müssen noch bestimmte Sachen denn eingestellt werden. Das ist ja im Grunde auch der Test oder der wichtige Aspekt des Volvo Ocean Race für alle Teams, die ja auch Vorniglob dann später sehen. Und das viel über ihr Boot zu lernen, wobei, das ist jetzt Quatsch, Eleven's Hour fährt es ja nicht. Also für Eleven's Hour ist es tatsächlich eher, oder so hatte ich es jetzt interpretiert, der Test halt für die kurzen Etappen auch in Europa, Aarhus und so weiter. Da wird ja eher kleinräumig unter Land, bei Flachwasser gesegelt und solche. Naja, wir hatten eben diesen langen Schlag mit Wind von Backboden. Ne, es war auf dem anderen Bugi ja auch schon die mehreren Kreuzschläge. Und da hat mich eben gewundert, Holkim ist gewendet und Eleven's Hour wendet direkt hinterher, also quasi ins Kielwasser. Also die fahren eigentlich, normalerweise würde man sagen, die anderen sind jetzt ein bisschen schneller, dann fährt man einen anderen Schlag. Dann suchst du dir einen Linksdreher, wenn der andere da auf dem Rechtsdreher ist. Und bei diesem Kreuz der Optionen waren dabei, was anderes zu machen. Aber sie sind tatsächlich ins Kielwasser gewendet teilweise, also mehrfach. Und ich denke jetzt, die sind ja keine guten Sechler, die haben einfach diese Entscheidung jetzt noch gar nicht gesucht, sondern eher versucht in der Phase, das ist ja immer noch ein Anfang der Etappe, eher Trim-Einstellungen zu finden, wo man sich quasi mehr über sein eigenes Boot lernt. Und da ist es eben unglaublich wertvoll, wenn du ein Boot direkt in der Nähe hast. Man hat ja die Bilder gesehen, auch Drohnenbilder, wie eng die zusammengefahren sind. Wenn man sich im gleichen Windfeld befindet, dann kann man im Grunde auch was über sein Boot lernen. Und ja, das war die Phase. Aber man musste auch sagen, Eleven's Hour war in dem Moment klar langsamer. Aber kurz bevor dem, am Anfang war es gleich und kurz vor dem Maßbruch, hatte sich Holcomb ja wirklich so weit abgesetzt, dass sie eigentlich schon nicht mehr in dem Range waren. Und gezeigt, dass sie eigentlich bei diesen Bedingungen hoch am Wind einfach mehr Höhe fanden. Das war jetzt im Grunde der Punkt. Genau. Ja, dann kam der Maßbruch. Dann war das das Aus für Hoyt 7 auf der Etappe wahrscheinlich, müssen wir jetzt sagen. Welche Optionen haben die Schweizer, Franzosen denn jetzt noch? Also so wie ich es jetzt gelesen habe, heute Morgen auch, wollen wir wohl zurück nach Rio de Janeiro. Was sind, glaube ich, 48 Stunden Range? Genau, es sind 130 Meilen ungefähr. Und das ist auch der Punkt. Es gab wohl Häfen, die quasi wohl auch näher sind. Aber die Frage ist jetzt, wo kriegt man die Logistik hin? Rio scheint der beste Hafen zu sein. Und außerdem liegt ja vor dem Wind. Das heißt, sie können einen Thürich-Riggen mit ihren Auslegern, die ja noch bestehen. Vielleicht mit dem Großbaum und ihrer Segel, die sie noch haben, ihrer J3 und noch ein anderes wurde genannt. Was sie dann quasi aufspannen können, platt vorm Wind dann da runter zu fahren. Und ja, und jetzt beginnt das Rennen gegen die Zeit. Also die erste Idee ist wohl, einen Mast nach Rio zu bringen von Lorient, wo der Ersatzmast ist. Wir müssen sagen, es gibt halt einen Ersatzmast, der ist vorrätig. Und der kann dann quasi an das Team verschickt werden, transportiert werden, das es gerade benötigt. Genau, dem kommt zugute, dass seit 2014 die Imokas One-Design-Masten fahren müssen. Genauso wie auch die Kieler, die ja früher alle abgebrochen sind oder viele abgebrochen sind, nachdem wir da rumgebastelt haben. Und naja, dann natürlich auch ans Material-Minimum gegangen sind. Und das hat dann zu zahlreichen Ausfällen geführt. Genauso wie beim Rigg, da gab es ja dann welche mit klassischem Wandensystem, dann eben diese Outricke haben sich durchgesetzt. Aber eher auch jetzt von den Regeln her, das muss alles gleich sein. Und das hat sich für die Glasser im Grunde auch gelohnt, weil gerade für so einen Fall problematisch ist, dass doch dann auch wegen der Corona-Krise Lieferketten, Schwierigkeiten und den vielen Neubauten eben in der Imoka-Klasse weniger Massen zur Verfügung sind. Aber einen gibt es eben, der ist in Lorient und der muss jetzt da hinkommen, nach Brasilien. Ja, wahrscheinlich, also ich denke mal, Fracht auf dem Schiff schaltet aus, das dauert zu lange. Also wahrscheinlich mit dem Flieger irgendwie, da gibt es jetzt ein paar Frachtmaschinen, die es machen könnten. Und dann ist halt die große Frage, schaffen sie es halt auch, diesen Mast zu stellen, wenn wir ins Rennen einzusteigen und nach U-Port zu segeln? Oder sagen sie halt, sie segeln außer Konkurrenz nach U-Port? Oder sie packen das Schiff auf dem Frachter und fahren mit dem Frachter nach U-Port? Was meinst du? Ja, weiß ich, es geht da wahrscheinlich um Stunden oder so, wo die Logistiker das ausrechnen. Also eine Option ist wohl auch, wie du sagst, genau, Frachter nach U-Port und dann der Mast geht dann auch eben auf direkten Weg nach U-Port, dass sie es da dann alles zusammenbauen. Also was ist der Idealfall für das Team wäre wohl, tatsächlich, es befindet sich ja sogar noch im Rennen. Genau, die Regeln sagen halt, du kannst halt irgendwie ausscheiden, du kannst einen Break machen, pausieren, suspenden und dann kannst du reparieren, musst aber mindestens, glaube ich, 24 Stunden, musst du quasi im Hafen bleiben oder quasi außer Wertung sein und dann kannst du wieder einsteigen. Du musst aber quasi das Rennen wieder an dem Punkt aufnehmen, wo du es beendet hast, wo du abgebrochen hast. An der GPS-Position, genau. Genau, da musst du wieder hin, das hatten wir bei Kapstadt als 11th Hour und auch BioTherm unterbrochen haben. Die mussten auch wieder an den Punkt zurücksegeln oder zurückfahren und da wieder einsteigen ins Rennen, das Rennen wieder aufnehmen und das müssen halt irgendwie BioTherm, ach BioTherm, sage ich schon, Holcim eben auch machen. Aber wie gesagt, die Zeit rennt. Am 21. Mai tauscht schon die nächste Etappe in U-Port Richtung Ahüs. Und das ist halt die Etappe, worum es wirklich geht. Also im Prinzip jetzt natürlich einen Punkt retten, wäre noch schön für Holcim, PRP und U-Port. Ja, das muss man sagen eben, genau. Der Vorteil dieses Dinges wäre, dass sie einen Punkt dann dafür noch sogar bekämen für dieses Rennen. Ja, aber ich denke mal, das wäre wirklich der Haupt, das wäre schön, also das ist nice to have. Aber ich glaube, der Fokus liegt wirklich halt rechtzeitig in U-Port zu sein am 20. Mai, um halt die Etappe nach Ahüs zu bestreiten, weil da gibt es nämlich dann doppelte Punkte in Ahüs. Also nicht fünf Punkte für den Sieger, sondern zehn Punkte für den Sieger und das könnte für Holcim, PRP ja schon eigentlich der Sieg sein. Genau, also die machen das bestimmt wieder so wie bei der einen Etappe, dass zwischendrin immer so ein Gate ist oder so? Nee, ist nicht. Also ich habe nachgeguckt, das war mein Gedanke, dass sie vielleicht im Skagrak oder sowas einen Punkt haben, aber nee, haben sie nicht. Das ist einfach, wer zuerst in Ahüs ist, bekommt doppelte Punkte. Also alle, die in Ahüs sind, bekommen doppelte Punkte. Ja, ja. Ich finde es ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, weil das Charmante an diesem Gate im Southern Ocean war, dass es irgendwie nochmal neue Spielchen gab, so ein bisschen. Das ist halt nicht in Ahüs, aber gut. Naja, ist eine Atlantik-Etappe, genau. Insofern, da werden sie sich schon alle irgendwie bemühen und die ist halt ein bisschen kürzer als die vorherige Mammut-Etappe. Das stimmt schon. Und wenn du, das Problem bei einem Gate in der Mitte wäre ja auch, dass die Teams wenig Optionen haben. Du musst ja dann durch dieses Gate und kannst eben nicht dann eben diesen Extremstaat oder auf eine andere Seite machen halt. Also das ist dann auch manchmal ein bisschen langweiliger, weil dann alle durch das Gate gequetscht werden und dann der da vorne liegt oder die Hinteren haben keine Optionen mehr zum Angreifen. Aber das stimmt. Das ist, glaube ich, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber was eben bleibt, ist der Fakt, dass es doppelte Punkte da gibt. Und wenn Holkin diese Etappe nicht fährt, das ist ja der Plan C, würde ich mal sagen, dass sie dann wieder erst in Ahus eingreifen, dann ist das Ding im Grunde verloren. Also bei fünf Booten, denke ich mal, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Aber es ist bestimmt noch eine theoretische Möglichkeit da, das trotzdem zu gewinnen. Aber da muss dann eben schon viel passieren. Und im Endeffekt kann es das nicht sein. Ich müsste auch nochmal nachgucken. Ich glaube, ich habe mich fast ehrlich gesagt nicht. Dann geht es nach Den Haag, sind es fünf Punkte. Dann Den Haag, gehen wir uns nochmal zu fünf Punkten. Also maximal zehn Punkte können sie holen. Wenn da schon wieder zehn Punkte verlieren oder jetzt 15 Punkte verlieren, ist es, glaube ich, gegessen. Stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Kommen wir eigentlich relativ einfach. So viele Etappen sind es ja einfach gar nicht mehr wie damals beim letzten Ocean Race. Nee, insofern ist das das Rennen nach Newport. Und dann, naja, man muss jetzt auch sagen, so blöd das ist, wenn die das schaffen sollten. Und sagen wir mal eben auch ohne diesen einen Punkt oder ist irgendwie noch rechtzeitig nach Newport, dann hätten die 19 Punkte, würden immer noch vorne liegen, wenn Eleven's Hour jetzt gewinnt, was überhaupt nicht klar ist. Aber im Moment liegen sie halt vorne, dann hätten die 18 Punkte, also einen Punkt weniger. Und Malizia hätte auch 18 Punkte. Beziehungsweise wenn Malizia jetzt gewinnt, dann hätten sie 19. Also das ist so eng dann zusammen, was natürlich mega spannend wäre. Also insofern vielleicht für Zuschauer. Wir hoffen drauf. Gott sei Dank ist ja auch keiner zu Schaden gekommen, wenn das jetzt alles so irgendwie hinhaut. Ich finde es ja auch mega, naja, ich weiß nicht, ob man das so hervortun kann. Aber natürlich, alle Gegner helfen ja quasi dabei. Auch Boris ist ja nun von Logistikunternehmen gesponsert, die helfen alle dabei. Und klar, ihr könnt ja sagen, oh, toll, dann gewinnen wir. Das ist aber Quatsch. Und das macht man unter Sichler nicht, besonders nicht, wenn es auch nur fünf Boote da sind. Dann ist es selbstverständlich. Also der ganze Wert des Rennens hängt ja im Grunde auch daran, dass Holcomb irgendwie dabei bleibt. Da will man jetzt auch nicht ohne Konkurrenz ins Ziel fahren. Das ist eigentlich, nimmt das was auch von dem Wert des Sieges. Ja, genau. Deswegen springen wir jetzt nochmal zum aktuellen Stand im Ausschuss. Also jetzt sind noch vier Boote aktuell im Rennen und alle relativ nah beieinander, Carsten. Ja, krass. Die Nachricht der Nacht vielleicht oder des vergangenen Tages ist ja eigentlich, dass Guillaume wieder zurückgekommen ist. Also da musste man schon sagen, das ist ja eigentlich fast, ja, ich will nicht sagen enttäuschen. Wir wissen alle, das ist das älteste Schiff und ist auch potenziell nicht das schnellste. Wissen wir auch alle, wobei man denken würde, wenn es dann gegen die anderen mithalten kann, dann auf dem Kreuzkurs oder eben beim tiefen Vorminkurs, wo es eben nicht ums reine schnelle Fäulen geht. Die schnellen Boote haben sie zuletzt stärken, das ist auch schwer eben. Insofern hätte ich jetzt am Anfang schon gedacht, gehofft bei dieser langen Kreuz, dass sie da irgendwie dranbleiben können. Das war aber nicht der Fall. Dann sind sie schon bis zu 40 Meilen zurück. Klar, sie sind auch einmal da doof oder unglücklich in eine Flaute gefahren oder mit den Wolken. Das war ja dann mal vor ein paar Tagen das große Spiel. Aber jetzt sind sie krass wirklich rangefahren. Sie waren auch, was habe ich gerade noch mal den Speed, zuletzt haben sie auch den, also es war tatsächlich eher eine Speed- und Höhenfrage, wo sie wirklich bis auf 10 Meilen jetzt knapp wieder rangefahren sind und alle vier auf engstem Raum zusammen sehen, 10 Meilen ist ja nix. Genau, also sie segeln immer noch hoch am Wind, muss man sagen. 11th Hour führt mit knapp 5 Meilen vor Malizia und dahinter kommen dann Bio, Therm und Goyo ziemlich gleich auch von den Abständen her. Ich glaube, alle haben ungefähr 10 Meilen Rückstand auf 11th Hour laut dem Tracker. Ja, das wird noch spannend. Was wird denn jetzt am Wochenende passieren, Carsten? Also ich habe ja in den Wetterbrich mal geguckt, also sie müssen ja jetzt da über den Äquator rüber. Der größte Wegepunkt ist Receive an der Ostspitze von Brasilien. Es kommen auch keine Ölfelder mehr, also keine Sperrzonen mehr bis dahin. Sie können jetzt ein bisschen frei agieren. Aber das sieht laut Wetterbericht so ein bisschen nach Bleierner Flaute aus. Ja, ich hatte erst gedacht, oder normalerweise ist es ja auch so, dass diese Doldrums, die sind ja in der Mitte des Äquators da eher ein bisschen, also verstärkt. Und dann, wenn sie quasi auf dem vorherigen Weg dann runterfahren oder auch Richtung Kapstadt, dann suchen sie sich da irgendwo einen Weg, weil es der kürzeste Weg. Jetzt der Weg nach Newport, die Küste entlang, führt ja wirklich genau ganz nah an der brasilianischen Küste vorbei. Und da sind die Doldrums normalerweise nicht so ausgeprägt. Da kommt dann der stabile Wind. Aber die aktuelle Lage, ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, aber da steht ein riesiges Flautenfeld davor. Und ich gucke mal auch mal, wenn ich zwölf Stunden vorspule, das ist da immer irgendwie noch. Also da wird noch viel passieren, auch jetzt aktuell ist es gerade. Also ich habe jetzt auch eher zwischenzeitlich gedacht, okay, das Rennen, das haben wir ja auch vorher spekuliert an dem Verkehrstrennungsgebiet. Es war nicht so, dass es völlig abwegig war, dass die außenrum fahren. Also die sind tatsächlich auch bis zur Spitze gefahren. Das hat man in einem Video, ich glaube von Eleven's Hour, gesehen. Fahren wir jetzt rum oder fahren wir nicht rum? Vielleicht hat man auch ein bisschen angetäuscht. Das war dieser Zweikampf zwischen den ersten beiden. Ja, jetzt fahren wir doch rechts rum. Oder dann hätte man sich da auch committed für die Seite. Also es schien so, als ob sie erst tatsächlich den schnellsten Weg in diese stabile Ostwindströmung schaffen. Ist aber jetzt nicht passiert und der Ostwind ist auch wohl nicht so stabil. Also da wird damit noch viel Schweinerei passieren. Ja, ich glaube, dass alle Teams so ein bisschen überrascht, wenn sie da drin waren auf einmal. Weil da gab es auch ein Video von Malizia, wo Will Harris sagt, ja, wir haben uns jetzt hier in dem Inshore-Kurs wieder gefunden. Und es klingt nicht so, als ob es geplant gewesen wäre. Also ich glaube, von einer, der den Vorreiter gemacht hat, ist da reingesegelt so ein bisschen. Ja, wobei, genau, das ist das eine. Aber bei so drehendem Wind ändern sich auch ständig die Routenoptionen, wenn sie dieses Ding dann da rein haben. Ich habe übrigens gelesen, es gibt drei verschiedene Sperrgebiete. Es gibt wohl auch ein Sperrgebiet, wo einfach wegen der Wale oder weil die da umfahren, wegen der Tierwelt, wo auch immer das jetzt ist, ob das jetzt so ist. Und das andere ist ja eben, genau, auch klar, mit Ölplattformen. Wobei, die sind ja jetzt auch durchgefahren da teilweise. Ich habe nur eben das letzte Video von Gouillot gesehen, wo sie da sagte, ja, das sieht ja schrecklich aus, 30 Plattformen da um uns herum oder so. Und dann ein riesen krasser Verkehr. Also da, ja, und sie sagt dann auch, wie schön das irgendwie da ist, dieses von Menschen gemachte, naja, sie hat es jetzt nicht positiv formuliert. Also eher, sie hat es ja auch nicht Müll genannt, aber es ist schon, naja, wenn da irgendwie alles Feuer und Licht da mitten am Wasser, wie schön das war, wieder, sag ich mal, auf der freien See zu sein. Wir beziehen gerade so ein bisschen, deswegen nochmal ganz kurz zum Schluss eine letzte Frage. Wir haben gesagt, aggressiv ist, der nächste Wegepunkt so, der Kurs, der direkte Kurs wird sehr, sehr eng an der Küste vorbei. Aber wie auch schon gesagt, es kann auch so, dass sie woanders hinsegeln. Also es kann natürlich sein, dass das Feld sich da irgendwie aufsplittet und die einen sagen, okay, wir sägen wieder nach Osten raus und gucken, dass wir da besseren Passat erwischen oder so und besser durch die Doldorms durchkommen. Oder kann es auch sagen, dass die Leute sagen, wir sägen jetzt wirklich den direkten Kurs, dich unter der Küste entlang. Was meinst du denn? Was könnten die Optionen sein? Ja, das könnte ich auch überhaupt nicht sehen. Das sieht ja so aus, man konnte auf dem Tracker ja auch das letzte Mal, wie immer, sehen, oder es sah nach stabilem Wind aus. De facto war das irgendwie ganz anders. Da spielen dann Wolken eine Rolle. Die Wolkentätigkeit war so krass, dass man die umfahren muss und dann spielen die mit dem eben, was sie haben. Das wird die nächste Phase des Rennens wieder sein. Da geht es auch nicht allein eben ums Beaten. Dann gibt es auch Überholkurse oder es gibt auch, wenn dann einer wie jetzt bei Eleven's Hour, der vor zwei oder drei Tagen, wenn ich mich erinnere, hat der einfach Malizia links stehen lassen, Holke im Recht stehen und sind einfach durchgeballert und waren 30 Meilen vorne und was dann aber auch direkt wieder weg war. Das wird eher die Phase sein. Ich glaube, das kann man jetzt nicht vorhersagen, wie jetzt der schnellste Weg sein wird. Die spielen wieder mit dem, was sie tatsächlich im kleinräumigen Bereich haben. Und dann, klar, so wie jetzt gerade vor kurzem Eleven's Hour hat versucht, so ein bisschen zu decken. Die haben eine Wende gefahren und sich nochmal quasi klassisch über das Feld gelegt, um so ein bisschen Kontrolle und Risikomanagement zu haben, weil sie halt noch vorne liegen. Aber bei zehn Meilen ist das wohl ganz schwierig, wenn da irgendwelche Wolken aufgehen. Ja, wir sind gespannt. Genau, wir sind gespannt. Und wir hören uns wieder am Montag. Und dann werden wir mal schauen, wo die Flutte sich gerade befindet, ob sie sich wirklich schon bei Receiver befindet, oder noch weiter im Flutte noch feststeckt. Bis dahin. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.